Ich grüße euch bei Phalanx Dreams und mit mir der Tulsa und wir sind mal wieder bei einer Runde Hogwarts Legacy am Start und endlich bin ich auch genesen. Ich huste eigentlich kaum noch. Das hat sich wirklich lange her hingezogen. Gut, dann hoffentlich bin ich für das Rest des Jahres jetzt auch davon befreit. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, und dann werden wir erstmal schön weiter gucken, was die Story angeht. Ich bin nämlich schon ein bisschen neugierig nach so langer Pause. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment. Ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Blitzbirne. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es so weit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Auch geil, dass man sich eigentlich nie stirbt, wenn man magier ist. Machst du dir ein Porträt und dann lebst du einfach für immer weiter. Scheinbar kriegt die auch Sachen mit, die gerade passieren, ne? Nun gut. Wir gucken eigentlich, wie die Tassen nochmal gehen. Nach zwei Wochen vergisst man schon teilweise. Das war's. Wechseln. Ah. Das war's. Vielleicht kann mir Professor Fick weiterhelfen. Der Fick-Wick. So. Erstmal ab zum Raum der Wünsche. Da geht es immer, gute Sachen zu ernten. Ah. Ich hab's. Oh. Ich hab's. Ah. Ich hab's. So, wo sind denn meine Tierchen? Oh nein, es ist so doof, dass es dieselbe Taste ist. Das ist auch die falsche Taste. Ei, 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 ei. Das kriegen wir schon hin. Ich habe gerade gerülpst. Ja komm, etwas schneller. Hä? Oh, das geht's. Das habe ich schon, das habe ich noch nicht. Oh, das geht's. Oh, das geht's. Oh, das geht's. Ja. Dann habe ich... Was ist denn da an der Tastrale hin? Ich meine ich hätte zwei. Ja. Das kann man ja so frei beschweren. Sehr geil. Nee, ist klar. Der lässt sich auch gut gehen. Ja. Alle gefliegt. Ja, seid ihr diesmal live dabei. Jetzt mach ich das eher auf Kamera, weil... Ich glaub, wenn ich das bei jeder Folge machen würde... Ein bisschen too much. Ja. 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 Ja, ja. Jasin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 General So, dann haben wir es doch Ja, kann ich mich eigentlich ins Porten? Wo möchte er uns haben? Das müsste hoffentlich richtig sein Diese Karte ist so komisch, ne? Warum habe ich den hier nicht gesehen? Das ist manchmal strange, naja Das ist mal Professor Fick Ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen Wie dem auf Schloss Rookwood Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus Verstehe Rynrock weiß offensichtlich mehr als gedacht Und Sir, da ist noch etwas Lodgok kannte Miriam Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet Sie hat dort geforscht Und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ Entgegen Rynrocks Befehl Da fehlen Mir die Worte Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein Darüber muss ich mehr wissen Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen Aber jetzt ist keine Zeit dafür Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht Im Büro des Schulleiters Unglaublich Nun gut Sie brauchen das Passwort, um am steinenden Wasserspeier vorbeizukommen Der Hauself des Schulleiters kennt es Ich kenne Scrope Aber ich bin nicht sicher, ob er es mir sagen wird Er ist den Blacks gegenüber sehr loyal Das ist er Sie müssen sich verkleiden Ich habe genau das Richtige Einen Vielsaftrank Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar Aber braucht man für den Vielsaftrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht Woher haben Sie den Vielsaftrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann Sagen wir einfach Ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium Das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein So, die Zeit drängt Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles weitere Hehehe Schick Was ist schon wieder gerülpt hier? Wie klinge ich? Überzeugend Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst Wie schon erwähnt Benötigen Sie das Passwort von Scrope Der könnte überall im Schloss sein Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa Sie liegt dem armen Elfegen Quidditch in den Ohren Da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern Bislang ohne Erfolg Verstehe Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit Danke, Professor Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich Wir sehen uns dort Ich muss den Hauselfen der Schulleiters finden Oh, ich kann ja gar nicht zaubern Kann ja nimm mal jetzt drüber springen Die Lusche Professor, hätten Sie einen Moment Zeit? Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen Oh, ich, äh, ich habe zu tun, Professor Sharp, viel zu tun Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, ähm, nun ja Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir Keine Sorge, Sharp Sie können ganz offen sein Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei Ah, sicher, ja Kein Grund zur Geheimniskrämerei Schicken Sie einfach einen Schüler damit los Einen Schüler? Sicher, Sir Wie Sie meinen Das tue ich Und danke, Sharp Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut Für diesen riesen Furunkel am Arsch Nun hat er welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält Hallo Ich meine, aus dem Weg, Kinder Das nennen Sie glänzende Stiefel Das geht besser Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört Renn, Blake, renn Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Der Schulleiter? Hier? Was will er bloß? Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann... Professor, auf ein Wort Professor Black Wie bereits gesagt Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken Wir... Wir könnten immer noch die Auswahl Und eine verkürzte Saison haben Das wäre besser als gar keine Aber die Verletzung, Madame Kogawa Professor So einige Schüler haben hier schon ein Klatscher an den Kopf bekommen Ich behaupte, das hat Ihnen Vernunft eingebläut Und Ihnen geht's gut? Dass es jemand reinblütiges war nun Ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn Die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren Ein albernes Spiel? Ich... Manchmal sind Sie wirklich unmöglich Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben Gute Idee Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig Wo ist mein Elf? Ich... Pergament? Gut, das werde ich Mit Vergnügen Und ich habe Scroop in der großen Halle entdeckt Er scheint mich zu meiden Hm... Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa Womit haben wir ihn als Schulleiter verdient? Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie Rein gar keine Zeit Aus dem Weg Tut, tut, hier ist der Landvogt Wenn es sein muss, wetten Sie sich an meine Sekretäre, oder? Professor, dürfte ich kurz stören? Nein Hallo, Professor Black Ah, Professor Weasley Wie, äh, schön Sie zu sehen Sir? Ah, äh, da Sie schon mal da sind Könnten wir, ähm, uns über Professor Feek unterhalten? Oh Also gut Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr, äh, Spielraum zu lassen Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler Er ist zu selten da Ah, äh, nun Er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten Verstehe Aber Sir, ich mache mir Sorgen Weil unser Neuzugang der fünften Klasse So viel Zeit fern des Schlosses verbringt Angeblich für Professor Feek Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört Vom Betreten des verbotenen Waldes Bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rockwoods Leute Was? Ähm, äh, meine Güte Sie dürfen nicht alles glauben, Professor Nein, 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 das dürfen Sie nicht Ähm, ich meine Ich behalte Feek im Auge Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher Einfach wunderbar Ich, also, ich, äh, danke Aber ich gehe dem gerne mal nach Gut, gut, das wäre alles, Weasley Äh, ich, äh, ich meine Professor Weasley Guten Tag Alle kommen da total verwirrt zurück Arbeit? Spielraum für Professor Feek Ich werde diesen Mann Das sollte Professor Feek Zeit verschenken Professor Black ist zufrieden Achtung, Schüler Hiermit verfüge ich, dass die große Halle fortan Mit den beeindruckenden Bannern von Slytherin geschmückt wird Ich beantworte derzeit keine Fragen Oder überhaupt jemals Hehehe Ich grüße Sie, Meister Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Grobe schwören, es keinem zu sagen Nicht mal dem Meister selbst Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was Äh, ja, Sir Natürlich, Sir Scroll bittet um Vergebung Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister Hm, ja Natürlich Ich, ähm Der Meister erinnert sich doch sicher Stets reinblütig Ich weiß gar nicht mehr, ob das mal gesagt wurde, bestimmt Es lautet Stets reinblütig, nicht wahr? Äh, knapp, Meister Scrooge denkt, dass der Meister Scrooge testet Es ist stets reinblütig Selbstverständlich Aber auch Französisch Wie der Meister weiß Äh, ja, natürlich Ich will, dass du es für mich aussprichst Ähm, äh, der Meister weiß, dass Scrooes französisch hundsmiserable ist Äh, äh, na gut Toujours pur Da wäre noch etwas, Scrooge Ich habe dieses schmutzige Tagebuch von einer Schülerin konfisziert Riecht nach Salzwasser Oh, Apollonias Tagebuch Äh, ähm Welche Überraschung, Meister Was soll Scrooge mit diesem Schatz, äh, Müll, anstellen? Was immer du willst, Scrooge Behalte diesen Schatz ruhig Und jetzt, ab mit dir Oh Der Vielsafttrank lässt nach Ich sollte lieber verschwinden Erst furzt der Niffler Und jetzt hört der gar nicht mehr auf zu... Gell Ist die Rübsfolge Gerade so geschafft Der Trank lässt nach Fick hatte recht Es hat wirklich geklappt Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier Der fieser Fruppel Wird noch nicht angezeigt, wo ich hin muss, oder was? Oder wie? Oder was? Ah, jetzt wird es angezeigt Okay, ist der Falsche Da oben war da auch ein... Große Treppe ist das Große Treppe ist das Okay Oh, ein klein Beef Unterritter Reveille! Da bin ich ganz oben. Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Der Wasserspeier. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Hm. Der Sprech in der Hut. Gut. Das kriege ich wohl nicht. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fick schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder. Denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Okay. Wie geht es denn in Baden oder was? Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Das muss das Podest sein. Alakazam. Alakazam. Wo bin ich? Professor Fitzgerald. Hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Niv nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie Sie schreiben. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Zuerst brauchen Sie einen Umhack. Das Ziel sieht aber echt cool aus, muss ich sagen. Hat was. Aber wie es da weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Denn wir haben jetzt wieder die halbe Stunde Marke erreicht. Ich verabschiede mich. Und wünsche euch noch ein alles Gute. Egal was ihr macht, kommentiert gern, abonniert. Oder guckt meinen Discord vorbei. Wir freuen uns. In diesem Sinne. Ich bin raus. Euer Tulsa.